Wenn ihr Claire gezogen habt, dann habt ihr ein sogenanntes Snipe-Monster gezogen. Mit diesem Monster könnt ihr auf der zweiten Fähigkeit Verteidigung ignorieren, je nachdem wie hoch eure Angriffskraft ist. Und mit der dritten Fähigkeit habt ihr die Möglichkeit, Verteidigungsbrechung anzulegen an einem Gegner und dabei gleichzeitig, je nachdem wie viel Schaden das macht, Angriffsleiste zu generieren, um dann vielleicht wieder eine Runde zu bekommen. Claire ein sehr gutes Monster für den Belagerungskampf als sogenannte Snipe-Unit, die vor allem auch mit der 44er Angriffskraft liegt. Hier nochmal zu, dass ich einen Schaden packen kann und ich zeige euch jetzt einmal, wie man die genau einsetzt. Und das typischste Anwendungsbeispiel, wo ihr sie wahrscheinlich nutzen werdet, ist in den Belagerungskämpfen. Und zwar hier entweder mit einer Speed-Lead, so wie mit dem Cookie gerade vorne drauf oder sogar mit der Attack-Lead von Claire selber. Je nachdem wie sicher ihr euch seid, dass ihr den Gegner hier outspeeden werdet. Hier hätte man übrigens auch die Claire-Lead nehmen können. Werden wir jetzt gleich nochmal sehen, das ist der Cookie, den baut ihr einfach so schnell es geht. Und dann geht ihr auf die Claire einmal ein und die ist ja auf Attack-Crit-Damage und Attack oder auf Speed-Crit-Damage und Attack. Aber immer darauf achten, ihr braucht einen gewissen Wert von Angriffskraft, damit ihr die Verteidigung auf der zweiten Fähigkeit ignoriert. Hier vor allem mit dem Cookie zusammen reichen 70 Crit-Rate. Wenn ihr ohne Cookie spielt und beispielsweise mit Adriana oder Bastet, dann müssen natürlich 100 Crit-Rate dabei sein. Und die Möglichkeiten entweder auf Attack-Crit-Damage und Attack zu spielen oder auf Speed-Crit-Damage und Attack, je nachdem was eure Runen halt so hergeben. Und dann, wenn ihr dann im Kampf drin seid, bufft ihr natürlich jetzt sicher einmal los mit dem Cookie. Die Crit-Rate wird auch gebufft und jetzt sucht ihr euch das Ziel eurer Wahl einmal aus. In dem Fall die Louise schießt das erste Monster raus, mit dem Covenant das zweite Monster. Und dann steht er bloß noch in Raccoonni und schon seid ihr wieder durch und könnt jetzt quasi schon auf Gewinn drücken. Die dritte Fähigkeit ist jetzt quasi nur noch Makulatur, aber je nachdem wie viel Schaden ihr macht, auf dem Ding könnt ihr bis zu 50% Angriffsbreiten noch dazu generieren. Hier mit Claire, was dann wieder die Koloss ein bisschen schneller verfügbar macht. Aber das ist nicht das einzige Anwendungsgebiet, wo ich sie schon gesehen habe, aber wahrscheinlich das häufigste. Das ist der Belagerungskampf und wir gucken mal noch ein weiteres Anwendungsgebiet uns an, was man vielleicht auch noch nutzen kann für Claire. In der Weltarena könnt ihr Claire jetzt hier benutzen, vor allem gegen solche Leo-Teams. Hier wurde klar Claire gespielt, um Leo zu countern. Leo wurde jetzt hier rausgebannt, damit man die Sonja hinten raus noch durchbekommt. Aber wir sehen jetzt, dass die Kombination auch standfindet mit einer Shizuka zusammen und hier ganz viel Single-Target-Damage. Jetzt fast gereicht für den Levarager, der allerdings sehr viel Defense wahrscheinlich haben wird, dass das hier an der Stelle noch nicht für den Kill gereicht hat. Ganz knapp überlebt der Kollege hier und versucht hier noch ein bisschen Zeit rauszuschinden für die untere Hälfte. Und ich kann euch sagen, dass jetzt gleich die Claire noch ein bisschen mehr Impact haben wird. Die dritte Fähigkeit kommt rein, sie gibt sich selber Angriffsbalken dadurch, durch den Schaden, der passiert. Und dadurch ist sie jetzt gleich wieder in der Lage, die zweite Fähigkeit rauszuhauen. Und nach und nach prasselt hier jetzt eine Schadensquelle nach der anderen rein in den Gegner. Jetzt zack ist die Levarager raus, dank Claire. Und ihr habt es gesehen, ihr könnt hier tatsächlich gegen solche langsamen Leo-Teams, weil die werden nicht besonders schnell sein, auch mal eine Claire reinpicken. Claire ist dann übrigens auch nicht super, super fast, sondern ihr könnt die dann wahrscheinlich auch etwas langsamer bauen. Vielleicht maximal plus 100 Speed wird da drauf sein. Dafür dann auf Attack, Crit-Damage und Attack und mindestens ein Wille-Set drauf und dann ein Schadens-Set eurer Wahl. Das kann Fatal, Rage oder vielleicht auch manchmal ein Gewalt-Set sein. Aber die Kombination vor allem mit Shizuka, die sollte man sich auf jeden Fall merken hier in der Welt-Arena, weil das habe ich jetzt schon öfter mal gesehen. Und ich zeige euch auch gleich nochmal ein zweites Beispiel. Und hier ist das zweite Beispiel ein bisschen übertrieben, sogar mit beiden Onmyouchis, Seimei und Shizuka. Und hier hat der Gegner einfach ganz konfident, wie er ist, mit der Sonja das Feuermonster versucht zu snipen, hart funktioniert. Allerdings ist das Spiel noch nicht over, auch wenn es jetzt erstmal so aussieht, die Claire ist ja raus. Aber wir haben dort zwei Onmyouchis am Start, die beide reviven können. Und ihr seht, die Shizuka hat jetzt schon den Bock ihres Lebens und hat schon den ersten Bio-Proc wiederbekommen. Und wir sehen jetzt, dass Seimei und Shizuka die beide wieder diesen Revive machen können, dabei Cooldown reduzieren. Und wir werden es jetzt gleich auch wahrnehmen. Shizuka wird jetzt hier wieder resettet. Seimei ist kurz vor der nächsten Runde. Shizuka jetzt mit der ersten, kommt der Bio-Proc rein. Jetzt kommt die Claire wieder. Und jetzt wird einfach das erste Monster rausgeschossen. Die ist jetzt zwar dann wieder nach der Nacht tot, aber ihr habt ja noch ein zweites Monster mit Seimei, wo ihr das Ganze dann gleich wiederholen könnt. Und jetzt in dem Fall natürlich auch noch eine Lydia, aber ihr hättet ja wahrscheinlich auch in irgendein anderes Single-Target-Monster rein spielen können, um eben das Ding hier zu gewinnen. Und wogegen ich jetzt hier Claire vor allem so oft gesehen habe, ist in diese Leo-Kombos rein. Also ihr baut die Claire nicht allzu schnell, gebt ihr dafür schön viel Attack, wahrscheinlich Attack, Crit, Damage und Attack und dann rein in die Leo-Kombo hier. Ihr seht, die sind dann meistens alle im Gegnerteam ja auch nicht so schnell. Leo begrenzt ja das Tempo und dann versucht ihr ja nach und nach ein Monster nach dem anderen rauszuschießen. Gegen Devarage natürlich immer schwieriger, weil der wahrscheinlich höhere Defense haben wird. Aber ihr seht schon, mit der dritten Fähigkeit und der zweiten könnt ihr hier sehr, sehr viel Schaden anrichten. Der Wörde hilft hier natürlich so ein bisschen und da zack fällt das erste Monster raus. Hier sogar auf Gewalt gerund die Claire, der Vioproc gerade, der ist nichts aus den Fähigkeiten, sondern war anscheinend vom Runeset. Also hier auch mal eine Gewalt Claire durchaus möglich. Und dann seht ihr, dass gegen diese Leo-Teams harter Single-Target-Damage mit Claire auch eine Lösung sein kann, um den Gegner hier zu bezwingen. So und von den Runesets her, seid ihr bei Claire eigentlich auf einem sehr, sag ich mal, unterschiedlichen Bild unterwegs. Das sieht man hier auch in den Statistiken. Also je nachdem, in welchen Content-Bereich ihr unterwegs seid, Belagerungskämpfe oder Weltarena, könnt ihr da unterschiedliche Bilds drauf machen. Was wir jetzt heute schon gesehen haben, ist einmal der Tempo-Klinge-Bild, den ich im Belagerungskampf gezeigt habe. Geht auch sicherlich mit Fatalklinge. Mit Zornklinge würde auch möglich sein, gerade in Belagerungskämpfen. Wenn ihr in der Weltarena unterwegs seid, dann ist eher da hinten Fatal-Wille oder Gewalt-Wille vielleicht sogar eine Lösung. Wenn ihr gegen diese Leo-Coms vielleicht mit einer Shizuka zusammenspielt, dass ihr das dann eher nutzen werdet. Auf jeden Fall ist dann, die Statistiken würden es ja euch auch unterstreichen. Hier hauptsächlich wahrscheinlich Attack, Crit-Damage und Attack. Der Bild, den ihr normalerweise auf eine Claire packt. Bei manchen Coms, wie wir es gerade im Belagerungskampf gesehen haben, kann es vielleicht auch mal ein Speed-Wert auf Slot 2 sein. Aber für gewöhnlich meistens auf Attack, Crit-Damage und Attack. So und dann habt ihr hoffentlich einen kleinen Überblick bekommen über Claire. Wenn euch das wieder gefallen hat, Daumen auf dem Video nicht vergessen, Kanal abonnieren und vielleicht das nächste Monster, was ihr euch wünscht, unten in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Minigall wieder.